Nummer 3 Hierbei handelt es sich um ein wandmontiertes Strahlungspanel mit guter Leistung und integriertem Thermostat. Da es sich um ein Infrarotpanel handelt, erwärmt es Möbel und Gegenstände im Raum, aber der Konvektor im Inneren sorgt auch für die Lufterwärmung. Es hat ein sehr angenehmes Design, mit schwarzer Hintergrundfarbe und essentiellen Linien. Das Temperaturkontrollsystem verhindert eine Überhitzung der Platte. Dank des integrierten Thermostaten entfallen zusätzliche Kosten für die bedarfs- und feuchtigkeitsgerechte Einstellung der Temperatur. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Dies ist ein strahlendes Paneel mit einem essentiellen und minimalistischen Design für Wand und Decke. Das Paneel besteht aus Glas und ist nur in Schwarz erhältlich. Mit der Struktur in Kupfer- und Silbernano und dem elektrischen Leiter aus Kohlenstoffgrafit und Nickel garantiert das Produkt hohe Leistung in großen Umgebungen bis zu 16 Quadratmetern. Es kann an der Wand, aber auch an der Decke befestigt werden. Seine Abmessungen betragen 60 x 120 cm. Der Fernthermostat und der Steckerthermostat können separat erworben werden, um das Ein- und Ausschalten zu regulieren. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Die Heizplatte ist aus Metall gefertigt und pulverbeschichtet. Die Rückseite mit ihrem Aluminiumrahmen lässt je nach Bedarf und Größe der Wand vielfältige Positionierungsmöglichkeiten zu. Sie kann sowohl horizontal als auch vertikal befestigt werden. Mit den mitgelieferten Füßen kann es auch auf den Boden gestellt werden. Sie kann in einem Temperaturbereich von 5 bis 30 Grad Celsius eingestellt werden. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Die Heizplatte ist in der Beschreibung. Die Heizplatte ist in der Beschreibung.